Musik Schmerzlich war der Abstieg der MSV-Frauen in die zweite Liga. Umso glücklicher sind sie mit ihren ersten drei Punkten direkt nach Liga-Auftakt am 30. August. Vor allem, weil Trainerin Inka Grings gerade mal mit einem 13-köpfigen Kader gegen den Gegner SV Meppen auflaufen konnte. Der Grund? Die neuen, ausländischen Spielerinnen haben noch keine Spielberechtigung. Zehn Minuten vor Schluss dann der Super-GAU. Die portugiesische Angreiferin Laura Lewis musste, nachdem sie selbst ein Foul begangen hatte, verletzt ausgewechselt werden. Weil die Trainerin zuvor mit Michelle Bühning bereits ihre einzige Ersatzspielerin fürs Feld eingewechselt hatte, blieb nur noch die Option, Keeperin Sarah Deinhardt auf den Platz zu schicken. Die 18-Jährige erledigte ihre Aufgabe bravourös. Und das bei ihrem ersten Pflichtspiel überhaupt für die erste Mannschaft. Die Begegnung gegen den Meppener SV ging 2-0 aus. Trainerin Grings ist stolz auf ihre neue Mannschaft. Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir einfach an Qualität und vor allem an Spielertypen dazu gewonnen. Das ist unheimlich wichtig. Die Mannschaft macht unheimlich viel Spaß, sehr engagiert. Ich hoffe, dass natürlich schnellstmöglich unsere ausländischen Spielerinnen spielberechtigt sind, weil sie uns sicherlich in der Qualität auf ihren Positionen noch mal noch ein Stück weit nach vorne bringen werden. Gerade mit einer Dani Kavu, die gerade im Zentrum unheimlich energisch arbeitet, kann er als Nationalspiel mit unheimlich viel Erfahrung, die, glaube ich, unserer jungen Mannschaft sehr gut tut. Mit einer Lee vorne im Sturm, die sehr beweglich ist. Auch eine May als Torhüterin, die als Typ uns unheimlich erfrischt. Und von daher dann sicherlich mit Linda ein Spielertyp, der eine Mannschaft auch führen kann, der eine Mannschaft führt, der gut aufgenommen wurde, der aber auch jetzt schon lenkt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Seit 2014 steht der ehemalige FCR unter dem Dach des MSV. Die Mannschaft des insolvent gegangenen FCR spielte seit dem Aufstieg 1993 in der Bundesliga. Mit einem Europapokalsieg, einer deutschen Meisterschaft und drei deutschen Pokalsiegen gehörte der FCR zu den Spitzenmannschaften im deutschen Frauenfußball. In der letzten Saison kam dann der Abstieg in Liga 2. Nun heißt es also kämpfen, um dem alten Ruhm gerecht zu werden. Wir wollen sicherlich oben mitspielen. Wie weit und wie hoch das letztendlich reicht, wird man sehen. Wir müssen schauen, wirklich jetzt, dass wir unseren Kader vollständig bekommen. Denn das ist sicherlich für uns jetzt gerade die Herausforderung. Wir dürfen uns keine Ausfälle erlauben. Und von daher werden wir jetzt erstmal von Spiel zu Spiel denken. Ich denke, dass wir gute Qualitäten haben. Und wir wollen sicherlich schon zielstrebig nach vorne arbeiten. Wo die Reise letztendlich hinkt, werden wir nachher sehen. Inka Grings spielte selbst von 1995 bis 2011 für den FCR, absolvierte 271 Spiele und schoss über 350 Tore für ihren Verein. Seit 2014 steht sie nun als Trainerin beim MSV auf dem Platz. Ein Wechsel kam für sie trotz Abstieg nicht in Frage. Ja, das Vertrauen, was der MSV in mir gesteckt hat, ehrt mich sehr. Mir macht das unheimlich viel Freude. Ich glaube, dass man gerade auch schon letztes Jahr zur Rückrunde gesehen hat, dass unheimlich viel von meinen Ideen angeschlagen oder gefruchtet hat, wie man so schön sagt. Das möchte ich jetzt einfach intensivieren. Und deshalb bin ich dem sehr dankbar, dass ich hier die Chance weiter erhalte. Passt natürlich, muss ich aber auch dazu sagen, gerade hervorragend mit meinem Fußballlehrer die Kombination. Aber nichtsdestotrotz möchte ich meine Ideen hier weiter einbringen. Und ich glaube, dass da das Zusammenspiel eigentlich gerade ganz gut passt. Am kommenden Sonntag spielen die MSV Frauen auswärts gegen den FFV Leipzig. Anstoß der Begegnung ist um 11 Uhr. Bis zum nächsten Mal.